willkommen zu einem neuen orakel hier auf meinem kanal hier ist euer stürme und heute hier die partie finnland gegen russland also ich denke dass die russen gewinnen werden so 1312 wie immer könnt ihr eure tipps in die kommentare schreiben und ja also ich spiele die erste halbzeit mit finland und die zweite halbzeit mit russland ich spiele hier auf profi die wo es wissen wollen und dann hören wir gleich mal die hymnen glaube ich die kurzfassung hier jetzt kommt die russische jawohl so sehen wir gleich die aufstellung hier die finden ich bin hier mit radicke im tor natürlich dann geht es hier weiter mit der abwehr fünfer abwehr 3er mittelfeld und 2er sturm und dann kommt gleich auch die russische aufstellung erst mal hier mal die gruppen foto gemacht ja jetzt kommen die russern aber hier für jannis da wodka jannis aufstellung der russen da kenne ich leider nicht so viele außer den stürmer hier und den torwart und da würde ich sagen los geht's hier wie gesagt erste halbzeit mit finnland zweite halbzeit mit russland ja keiner ist in der mitte wussten immer ach ja wo läuft denn der stürmer der letzte trötelt oh nein verdammt aber eckball da könnte vielleicht was draus werden oder auch nicht na hopp na hopp eckball für russland so gleich halbzeit oh ah schon wieder eckball jawohl jawohl und jetzt keiner da wo ich anspielen kann aber wir haben eh halbzeit so spieler gehen jetzt in die umkleide kabinen und dann sehen wir uns gleich wieder so zweite halbzeit jetzt mit russland so spannend wie die sich spielen lassen sehr schön schade oh je so über außen ja fast über außen und da kommt keiner an den ball das war scheiße was ach du scheiße nein oh man so eckball ach boah ah die rüssel legen jetzt los hier ach geht der ins aus ne die finden werden jetzt hier schön unter druck da ist das 1 zu 0 1 zu 0 für russland jawohl jetzt geht jetzt ein unterzugzwang hier ich bin gespannt ob die russ die finden hier noch was machen oder ob die russen hier locker gewinnen ob die noch nachlegen glück gehabt ja was ist denn jetzt los was als ob die finden wechseln kauko kommt rein und sparf geht raus guter torwart so eckball für die finnen und weg mit dem ball jawohl und los geht's konter hier jawohl da ist das 2 zu 0 sehr schön jawohl 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 macht das tor macht das tor hier spiel wir mal über die mitte hier jawohl da ist das 3 zu 0 jawohl sehr schön wenn die finnen jetzt noch ein tor machen dann könnte es ausgehen wie ich es vermuten werde also ich glaube im real life ist das spiel ist das viel ganz anders da und das spiel ist aus 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 wo ups okay so ja lasst euch da oben links nicht ablenken ja ja das oracle ist jetzt 3 zu 0 ausgang für die russen ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr denkt wer gewinnt und da würde ich sagen bis heute mittag zum nächsten oracle und ja haut rein ciao 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 ciao